Ja, das Mangan dauert eh sehr lange. Wieder Glas herstellen, wenn wir definitiv bestimmt noch mal irgendwie nebenbei brauchen. Da sind wieder diese kleinen fucking Bäume da. Rumpen wir. Das heißt, ich brauche bei den großen Bäumen ja nur einen Reinschlag oder wie? Das heißt, ich brauche bei den großen Bäumen. Die sieht blöd aus mit Schnee. Die sieht doch gleich wieder hier viel ordentlicher. Oh, willst du mir das Animal zeigen? Die Fische leben immer noch. Ja, ich brauche bei den großen Bäumen. Ich muss mir darum gerade keine Gedanken machen wegen dem Holz. Aber jetzt erstmal wieder... A visual there. Und hier hin, bitte. Danke, gern geschehen. Mann, ihr scheißt aber euch wild hier, du. Und wat für eine. Dopp, dopp, dopp. Aber hey, warum nicht? Ja, scheiße habe ich. So. Okay, der wird erst sehr spät fertig werden damit. Können wir doch jetzt erstmal ratzen. Ja. Vielleicht schon mal die Axt hinkriegen, damit ich dann... jetzt picke. Ich weiß nicht. Oh, schon. So. Hey Dante, bitte entschuldige die frühe Störung. Wir haben ein Problem bei Euphola Tunnel. Euphola Tunnel. Könntest du dir das mal ansehen? Was für ein Problem? Wir wissen es nicht genau. Seit wir angefangen haben zu bohren, gab es einige Mini-Airbeben. Ich habe die Ausgabe vorübergehend unterbrochen. Die Ziviltruppe schaut es sich ebenfalls an. Aber ich würde euch auch gerne die Meinung eines Handwerkers anhören. Tschüss. Ich mache hier die... Aber danach gibt es keine Erweiterung mehr, ne? Ich halte die Angrifstaste gedrückt und kontinuierlich anzugreifen. Ich habe mir jetzt gedacht. Und die Picke auch noch. So. Jetzt habe ich... erweitert. So großen Unterschied macht es nicht. ассchuldig nicht. 78%. Und siebzig Prozent ... Nee, hähé ... So. Ah. Ey, die Schummelbeinchen sind hart. Sobald Südblock erstmal aufgebaut ist, werden wir dort auch ein wenig predigen. Unter den Reisenden haben wir viele Anhänger. Ich hatte befürchtet, dass Direktorin Merlin gefährliche Gegenstände in ihrem Museum ausstellen würde. Es scheint, als hätte ich mich nicht zu sorgen brauchen. Tatsächlich möchte ich unsere Mitbürger zu einem Besuch antreten, damit sie sehen, wie das Zeitalter der Verderbnis so war. Ich habe gehört, du hast Nora bei der Lieferung geholfen, während ich krank war. Vielen Dank, Dante, du hast ein gutes Herz. Ich habe was verkehrt gemacht. Ich bin gespannt auf die Fertigstellung vom Südblock. Ich denke, das wird unsere Wirtschaft gut tun. Das neue Museum muss mit noch mehr Relikten und Antiquitäten ausgestattet werden. Wenn du welche findest, solltest du mit Direktorin Merlin sprechen. Digga, du willst irgendwas von mir. Das undichte Dach. Wir haben eine undichte Stelle am Dach. Kannst du mal nachsehen, wenn du Zeit hast? Mann, ey, dann labern sie einen mit jeglicher anderen Scheiße voll. Er hat das Lehm und eine Marmordiele. Davon habe ich ja welche produziert. Gruppe funktioniert, danke. Hier weiter. Oh, ich lasse mich los. Gucken wir jetzt noch mal rein und gucken nach Aufträgen. Nach normalen Aufträgen. Fünfmal Seil. Fünf Fäden. Drei Sprinkler kannst mich am Arsch lecken. Ich mache die Fäden. Fünf Fäden. Danke. Mach ich doch lieber die Fäden. Ach, hier habe ich auch noch Kuchen drin. Emily. Wenn sie gerade schon hier ist. Wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Hier, Kuchen. Ich habe das Gefühl, ich mache die Frau irgendwie fett. Wie geht's dir? Didi 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 Hallo? Und Faden, fertigen. 5 Glück bitte. Das wissen kann ich mal das Dach reparieren. Ach man hat schon wieder nach da oben klettern. Man hat ja sonst nichts zu tun. Wieso fragt ihr denn dafür nicht Higgins? Dann rutscht da vielleicht aus und bricht sich den Hals. Ach, das ist ein gewaltfreies Spiel. Deswegen kann man sich untereinander kloppen, super. Danke für deine Hilfe Dante, jetzt kann ich mich endlich ganz auf meine Arbeit konzentrieren. Wieso? Es war doch auf der rechten Seite. Egal. Ich habe Kohle dafür bekommen. 30.000 Möcken zusammenkriegen, ja das ist schon hart. Ja, das ist ja das Schlimme daran, da kommt immer wieder was dazwischen. Das ist so gemein. Und dann werden wir wohl mal nach unten gehen müssen. Mal schauen, was da los ist. Wir müssen da hin, um neue Materialien zu bekommen. Das ist so bescheuert. Das ist da hinten. Das und ähm. Naja. Egal. Naja. 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 Herzen anders aussehen. Kaktusfrucht? Kaktusfrucht! Und Eisenholt? Ihr habt so verschissen, ey, bis an den Nimmerleinstag. Schmerz. Kaktusfrucht! Der da. Wer ist denn da vorne? Der da? Hm. Ok. Hey, hier gibt es diese komischen Skelette. Wofür brauchte ich die nochmal? Egal. Ich glaube, ich habe Pappeln gefunden. Ist das ein Scheißhaufen? Okay. Muschel und Zahn. Hopp, ich habe Pappeln gefunden. Egal. Preissieger. Will ich mich jetzt nicht gerade anlegen, wenn ich hier nur gucke. Gibt es auch Eisen? Palmen zu... Zutup? Aber von denen kriege ich das nicht. Ja, Palmen. Das ist nochmal eine Tüfte-Station. Ah ja, und hier ist wohl das andere. Ich sehe hier keine anderen Bepflanzungen bis jetzt. Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein... Okay. Ich habe gedacht, das sind wieder solche Bäume, weißt du, wo ich nichts machen kann. Na, hola, ich wollte wieder. Hast du was zum Schlagen, Digga. Wenn das nicht mehr Holz gibt, du. Wenn ich gerade fiel, ne? Bei so da Größe. Ja, ich weiß, Größe ist nicht alles, ne? Aber, Leute. Was kriegt man da raus, was ich auch brauche, aber... Ey, heiliges Blechle. Du kannst ja auch einfach so quer durch die Dornen laufen. Ich bin dornresistent durch die Hose. Ich bin dornresistent durch die Hose. Der ist nicht einfacher, C-Feed zu nehmen. Ich bin dornresistent. Ach ja... Wobei da ist ne TÜV-TÜV-Station, die ich da erst hingestellte. Komm mal nach Hause. Tschüss. Und ernten. Und dann gleich einmal wieder Weizen-Samen bekommen. TÜV! Er brennt. Ihr macht auch eure Arbeit, du bist auch fast fertig. Bei dem Scheißhaufen rüber. So. Das auch. So. So. Bäumchenpappeln. Ey da. Ein Träumchen von Eisenholz-Dielen da dann. Das ist ja... Pfff. Nein. Ja, Digga. Du mich auch. Komm mal hier rüber rein. Dort auch. Kaktus. sehr saftig. Sehr saftig. Hm? Ja, ne. Okay nicht. Drachenfrucht, ja. Bin ich voll, Schatz. Ich bin nicht voll. Du musst nur sortieren. Das ist das Problem. Hier ackert. Hier ackert. Hier ackert. Achso, den Faden. Den Faden. Den Faden. Den Faden. Hier dann noch abgeben. Hohohoho. Juuu. Das geht mir morgen ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.